Hallo, hallo, also die letzten Tage bin ich ziemlich angepisst und mich fuckt alles ab, was hier, was jeder von mir will oder auch nicht will. Es geht mir so oft, die Eier, jedes Mal nach Marburg oder irgendwie, jeden Piekser oder sonst irgendwas, den ich mehr krieg, es tut zwar nicht weh, aber es ist, also es fuckt mich in letzter, also seit zwei Tagen, bin ich so genervt, dann kotzt mich das an mit dem Pilzmittel und mit der Photophorese und das und das und das, ja, keinen Pilz holen. Ja, genau, was wollte ich damit sagen, ja, ich wollte mal den kranken Mut machen, dass man auch mal sagen kann, was einem nicht passt, was scheiße ist, was total behindert ist, wenn man ja die ganze Null, ich kann gar nicht erklären, was alles so scheiße ist, auf jeden Fall ist einiges scheiße, ja, und Kopf hoch, ja, das weiß ich, aber trotzdem nervt es eigentlich, ne, nervt alles, egal was es ist, wenn ich aufstehe, die Tabletten nehmen muss, dann muss ich wieder an die Tabletten denken, und, boah, dann kann ich nicht schlafen, nachts, jetzt will ich bald Trian, juhu, bald Trian, ja, und, ich hab auch auf nix ehrlich gesagt Bock, mich fuckt ja alles nur ab, ja, können die scheiße selbst schlucken, bald, und, ja, es gibt nicht viel zu erzählen, die Leute sind immer noch bei, keine Ahnung, bei 800, hab ich ja schon in Facebook geschrieben gehabt, und, sonst, gibt's nix Neues, doch, meine Leberwerte werden jetzt wieder steigen, weil ja der Pilzmittel gekriegt, gegeben wurde, und, ja, mal gucken, da brauch ich ja vielleicht die Photophorese auch nicht mehr, wenn die Leberwerte dadurch wieder in die Höhe getrieben werden, überlege ich mir noch, ja, und sonst, vielleicht hab ich jetzt auch ein bisschen leise geredet, ab und zu, aber das ist mir, wie gesagt, scheißegal, im Moment, und, ja, gut, das war's, schönen Tag noch, oder, schöne Woche noch, ich werd mich melden, bald, wenn dann auch feststeht, wann ich wieder meine Stammzellen bekomme, weil, bekomm ja nochmal Stammzellen, und, das steht noch nicht fest, wann, ich geh davon aus, Anfang Dezember, und, ja, dann sollen die Leukos wachsen, bin ich ja mal gespannt, und, sonst gibt's nichts Neues, tschüss.